Wenn du die Kasse suchst, die ist schon auf der Bank. Welche Kasse? Wer hat dich geschickt? Der Senneisen, der Ferdi? Ich habe draußen ihr Schild gesehen, dass sie eine Bedienung suchen. Dann sag den beiden mal, dass ich meine Schulden bezahlt habe, ja? Sie suchen auch eine Bedienung von Montag bis Donnerstag, oder? Ja, und jetzt glaubst du, jeder hergelaufene Depp kann den Job hier einfach so machen, ja? Also, wenn ich mir ihre Gläser so ansehe, auf jeden Fall. Wo hast du denn vorher gearbeitet? Ich bin ausgebildete Hotelfachfrau. Die letzten Jahre war ich in Kenia, im Diani Beach Resort. Na, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe da nämlich meinen Mann Abu kennengelernt. Das ist eine witzige Geschichte. Abu ist nämlich der Sohn des Stammesoberhauptes. Amira Kieniero, stamm der Gekuyu. Da hast du dich gleich mal ins gemachte Nest gesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017